Das Erwachsene-Ticket kostet 15 Euro und Kinder unter 10 Jahre haben freien Eintritt. Genau, dann ein Ticket für Erwachsenen und ein Ticket für Kinder unter 10 Jahre. Ich bin nicht 10, ich bin 11. Das solltest du eigentlich wissen. Du willst doch erst nächsten Monat 11. Das gleiche hast du doch auch vor zwei Monaten gesagt, als wir im Zoo waren. Okay, dann macht das 25 Euro, wenn sie reingehen. Speisen und Getränke müssen sie separat bezahlen, das heißt in jeder Ecke gibt es Stände. Meine Mama hat gesagt, wir kaufen dir keine Getränke, weil ihr Preisepack schweineteuer ist. Sebastian, jetzt reicht es aber, ne? Deswegen hast du doch so viel Getränke und Essen in deine Tasche mit eingepackt. Sebastian, Kinder, ich habe immer so eine blühende Fantasie, ne? Jetzt reicht es aber, Sebastian. Meine Mama hat zu meinem Papa gesagt, dass ihr eine Cola doppelt so viel kostet wie im Geschäft und dass ihr eine Abzocke seid. Ja, Kleiner, ich weiß nicht, warum das so teuer ist. Ich mache die Preise nicht. Ich arbeite hier nur in der Kasse. Mama, die Frau in der Kasse hat einen Popel in der Nase. Na, hör mal Sebastian!